Heyo und wann da geht's mit Shakes Infinite. Heute gibt es den 50. Raid auf Server EU5. Denn ja, wir haben tatsächlich den 50. Raid jetzt an Tage 26 gelegt als erste Güter auf den ganzen Server. Ist jetzt kein Rekord oder so, ich glaube der Rekord ist offiziell auch gar nicht mehr irgendwie zu brechen. Dadurch, dass der durch so einen kleinen Bug, also gar nicht absichtlich, sondern so wie ich mitbekommen habe, versehentlichen Bug aufgestellt wurde. Ja, ist der Rekord gar nicht möglich, aber wir haben tatsächlich die 50 Raids. Ist zwar ein kleiner Spoiler, aber ich denke sonst würde ich das Video sowieso nicht hochladen. Haben die 50 Raids ja in einem durch geschafft tatsächlich. Und lustigerweise, das wird man jetzt hier auch in diesem Video sehen, bin ich nicht einmal drangekommen. Also wirklich von Raid 1 bis 50 bin ich nicht einmal drangekommen. Spricht schon für die Stärke der Gilder, also wirklich extrem krass. Haben auch schon über 20% Chance auf Black Gems und ja, die ballern extrem stark durch. Das macht auf jeden Fall ordentlich Bock. Und ich bleibe hier auf jeden Fall auch so gut am Start, so gut wie es geht. Ähm, ja, hab auch Festungen bisher schon relativ stabil was gemacht. Und bin auf jeden Fall auch motiviert hier weiter durchzuziehen. Auch in der Gilde sehr, sehr korrekte Leute. Ist ja eine internationale Gilde. Äh, ansonsten ja, gibt es noch einige neue Sachen wie der Necromancer, der jetzt offiziell angekündigt wurde. Also es wurde ja dann so eine kleine Abstimmung gemacht. So wie es aussieht, sollen alle drei Klassen kommen. Äh, zumindest so wie es sich rausgelegen hat, dass der Necromancer der erste von den dreien ist. Durch halt eben diese Abstimmung gut. Ich muss sagen, ich selber war für den Trickster. Da ich den einfach, ja, mir ein bisschen cooler vorstelle. Der Necromancer ist halt so ein bisschen, ähm, ja, wie sag ich, so ein 0815-Ding. Den gibt es in so vielen Spielen und der Trickster, denke ich, wäre auch ganz interessant geworden. Aber ich will mich nicht beschweren, der Necromancer wird sicher auch interessant. Und ich werde die Klasse auf jeden Fall auch antesten. Und auch Videos zu machen. Deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Eventuell kommt die Klasse schon mit EU6. Sind ja ungefähr noch drei Wochen. Ansonsten dann wahrscheinlich spätestens mit EU7 gehe ich mal von aus. Denn, ja, wir sind ja aktuell schon so weit, dass die Fähigkeiten angekündigt wurden, wir abstimmen können. Deswegen, ja, ich bin gespannt, wann die ersten Beta-Tests kommen. Weil man so ein bisschen was über die Klasse nochmal mehr sehen wird, die selber auch anspielen kann. Also ich denke, es wird auf jeden Fall vorher, ja, ein, zwei Beta-Tests kommen. Äh, deswegen, ja, werde ich natürlich auch hier dann auch den Kanal herzeigen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel nachzuholen jetzt im Urlaub. Äh, beziehungsweise nach dem Urlaub. Und ja, würde aber auch sagen, dass ich dann nach den Raids mich hier erstmal verabschiede, nach dem Raid hier. Äh, ja, war ein kurzes Update mal hier im Urlaub. Würde mich sagen, würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Aber, wie? Untertitelung des ZDF, 2020